Servus und hallo meine lieben Call of Duty Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video im Kanal. Ja, sorry mal, an der Stelle zwei Monate habe ich kein Gameplay mehr hochgeladen, aber, ja, ich muss es halt leider sagen, das Spiel, es macht halt gerade im Moment wenig Spaß, die Season 2, also entweder habe ich mich verguckt oder ich habe irgendwie nicht viele neue Inhalte gefunden, also so geht es mir persönlich einfach nur, weiß ich nicht. Es ist irgendwie auch Warzone 2, ich lese nichts Gutes, DMZ ist das Einzige, was mich irgendwie noch so ein bisschen glücklich stimmt, aber auch in dem Modus nicht viel Neues, ein bisschen, ein bisschen schade, weil, wenn man mal anguckt, was in der Gaming-Szene eigentlich gerade so passiert ist, lass es mal Counter-Strike 2 sein oder den Fortnite-Creative-Mode, der angekündigt wurde, also der Part 2, dann ist Call of Duty einfach stehen geblieben und ich weiß nicht, ob es irgendeine Option gibt, beziehungsweise irgendwas, was diese Jungs einfach anders machen müssen, beziehungsweise sollten. Und ja, ich muss ganz ehrlich sein, Leute, die Community von Call of Duty, das sind wirklich die Leute wie ihr da draußen, die halt regelmäßig Videos kommentieren und auch Feedback an Activision als Publisher geben oder an die Entwicklerstudios geben. Das Problem ist nur, anscheinend werden diese Leute nicht gehört, weil man einfach nur das Geld in den Augen hat. Und ja, das muss man leider auch mal sagen, Call of Duty ist eine verdammte Gelddruckmaschine. Das muss man leider sagen, denn in großen Teilen bringt dieses Spiel einfach genug Geld ein, dass man einfach einen, naja, einfach einen Scheiß, wollte ich schon fast sagen, aber das ist ja auch fast so. Man gibt einfach keinen, keine Münze auf die Meinung von den Fans da draußen, von den Hardcore-Fans, sondern man hört lieber auf Leute, die im Marketing sitzen und wissen, ob sich die Spiele so und so gut verkaufen, weil wir Cosmetics reinbringen, weil wir Dinge machen, die einfach irgendjemand denkt, dass das geil wäre, aber es ist letztendlich gar nicht so geil. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir mal meinen Freundeskreis anschaue, da waren zu 90% waren da immer Call of Duty-Spieler wirklich einfach Hardcore-Spieler, die jeden Tag dieses Spiel gesuchtet haben. Und wenn ich meine Freundesliste durchgucke, ja klar, die Leute sind auch alle etwas älter geworden, das muss man natürlich auch mal sagen, aber die Leute spielen dieses Spiel nicht mehr so richtig Hardcore, sondern sie spielen es einfach nur so, naja, weil sie nichts anderes zu spielen haben teilweise. Und das ist extremst schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Call of Duty halt eins dieser Spiele eigentlich ist, die vom Potenzial her extrem viel Potenzial hätten. Keine Ahnung, schaut euch mal Battlefield an. Battlefield hat jetzt zum Beispiel wieder einen extremen Hype erfahren, weil sie das Game in gewisser Weise, naja, nicht ganz, also doch teilweise schon. Es ist halt extrem Free-to-Play geworden und vielleicht muss Call of Duty auch einfach mal einen Weg gehen, dass sie sagen, sie bieten dieses Spiel kostenlos an und machen dann halt nicht mehr diesen Scheiß, den sie machen, sondern sie hören halt auf die Community. Klar, Battlefield hat es auch ein bisschen verkackt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Launch war beschissen und wir haben jetzt keine Ahnung, wie lange nach dem Spiel, und jetzt ist gerade mal das Spiel spielenswert. Es gibt jetzt wieder die Klassen und das ganze Zeug, das ist aber, aber das ist das, was ich meine, Leute. Feedback ist ja nicht dafür da, dass man es ignoriert. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie gar nicht gehört haben, dass sie gar nichts machen. Aber keine Ahnung, ich bin zum Beispiel ein Warzone 1 Spieler gewesen, der Warzone sehr gerne gespielt hat. Aber Warzone 2, also mit der Karte, die es da aktuell gibt, ganz ehrlich, das juckt mich gar nicht. Weil das Movement so langsam ist und man wird halt einfach für Dinge wie schnelles Movement bestraft. Aber das ist ja auch im Multiplayer so. Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt den Season Pass 2 geholt und habe jetzt mal die Season 2 angefangen. Ja, ich weiß, ich bin extrem spät dran. Aber ich habe das gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, das Skill-Based Matchmaking, das es immer noch gibt in diesem Spiel und das ist halt einfach nun mal da, das macht es mir unmöglich, dieses Spiel zu spielen. Man spielt zum Beispiel, ich habe mir die neue Waffe da geholt, spiele mit der neuen Waffe und denke mir dann so, ja, die spielt sich eigentlich ganz gut. Dann schaltest du ein paar Sachen für die Waffe frei und zwei, drei Runden später kriegst du nur noch aufs Fressbrett. Weil du merkst, irgendwie denkt das Spiel gerade, oh ja, der hatte zu viel Spaß. Nö, jetzt hier kriegst du einfach nur noch Gegner, die Meta-Waffen spielen. Und das macht keinen Spaß. Ich möchte nicht gegen lauter Leute spielen, die Meta-Waffen spielen. Ich möchte auch einfach mal Dinge ausprobieren können, mal mit einer Pistole spielen oder andere Dinge einfach ausprobieren. Ich möchte nicht immer die beste Klasse spielen, nur um zu gewinnen. Und das langweilt mich einfach. Und das ist was, was mich persönlich schon seit, ja, ich will nicht sagen Jahren, aber es ist ja gefühlt so. Schaut euch doch mal die Call-of-Duty-Spiele an, die in letzter Zeit rausgekommen sind, beziehungsweise in den letzten Jahren. Warum hat denn Call-of-Duty diesen Weg eingeschlagen, beziehungsweise warum gehen sie denn jetzt diesen Weg, dass sie sagen, ich bringe nicht mehr jedes Jahr ein neues Call-of-Duty raus? Weil sie genau das gemerkt haben, dass es halt eben nicht mehr so funktioniert, wie man es vielleicht noch vor ein paar Jahren hatte. Was man aber auch dazu sagen muss, ist eigentlich ganz klar. Call-of-Duty verdient immer noch zu viel Geld mit dem Spiel. Das heißt, ihnen kann es letztendlich wirklich egal sein, ob du da draußen dieses Spiel zweimal am Tag anmachst und für eine halbe Stunde spielst und nicht aufregst. Du hast schon bezahlt. Und das ist der riesengroße Unterschied. Du bist bereits jemand, der 70 Euro für dieses Spiel gezahlt hat und damit bist du uninteressant. Weil du hast ja ihnen schon einmal Geld gegeben. Und eigentlich wollen sie ja Spieler, die bei der Stange bleiben. Das heißt, Spieler, die kaufen den Battle Pass jedes Monat, die kaufen die Deluxe Edition, weil sie auf die Cosmetics stehen, die kaufen eigentlich jeden Scheiß, der im Shop rauskommt. Das ist eigentlich der Typ Gamer, den die ansprechen wollen. Die wollen diesen Gamer-Typus in seiner Bubble halten, möglichst Killstreaks erreichen lassen, mit denen er so ein paar Kills macht. Aber Leute, wie gesagt, schaut euch doch das mal an. Ich spiele häufig mit den höchsten Killstreaks in dem Game. Das ist meistens der Chopper Gunner oder sowas in der Art. Und der wird sofort, wenn du in so Lobbys wie ich bist, sofort runtergegeiert. Der macht drei Kills, bumm, ist der drunten. Du musst solche Runden haben, wie jetzt beispielsweise die, die ich jetzt hier gerade im Hintergrund zeige, was eine von diesen Runden ist, wo du vorher voll aufs Fressbrett gekriegt hast, damit du auch mal Spaß hast. Und das ist halt so. Das ist wirklich leider so. Und ich glaube, in der Runde bin ich sogar, es ist natürlich eine etwas ältere Runde, aber ich bin in der Runde auf Nuke gegangen. Und ich glaube, ich habe sie sogar nicht geschafft. Oder habe ich sie geschafft? Keine Ahnung, ich glaube es nicht. Aber es ist häufig so, wenn ich merke, dass die Gegner ein bisschen schlechter sind, versuche ich auch mal ein bisschen auf Nuke zu gehen, jetzt hier andere Waffen zu spielen. Die Waffe, die ich hier aufgehoben habe von dem Gegner. Du weißt ja nie, wie die Leute die bauen und wie die Leute das dann entsprechend nutzen, die Waffen. Deswegen ist es halt auch mal ein bisschen herausfordernd. Aber mir bringt es einfach nichts. Keine Ahnung, für mich das beste Spiel, was die Lobbys betraf, war, ich glaube, das war Black Ops 4. War das Black Ops 4 noch? Doch, ich glaube schon. Das hatte einfach noch wirklich dieses Gefühl, dass die Lobbys nicht so overskilled waren. Es gab Lobbys, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ja, da habe ich jetzt aufs Fressbrett gekriegt, aber hatte ich mir trotzdem ein bisschen was erarbeitet in der Runde. Und da hat man auch ein gutes Gefühl vergegen, wenn man gegen solche Gegner ein bisschen was reißt. Aber es kann halt nicht sein, dass man das permanent machen muss. Man kann nicht permanent abliefern. Und das, ganz ehrlich, das macht halt auf Dauer, macht es einfach keinen Spaß. Und mir persönlich geht es einfach so. Die Season 2 bietet einfach nichts Neues. Schaut euch doch mal die Karten an, die rausgekommen sind. Welche Karten sind denn die, die geil sind, die man gerne spielt? Ja, es sind halt die Karten, die aus den alten Call of Duties einfach kommen. Die neuen Karten, ganz ehrlich, Leute, die rausgekommenen neuen Karten sind wirklich nicht gut. Oh, ja, vielleicht schaffe ich doch den Nuke. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich davor bin oder nicht davor. Wir werden es sehen. Wir werden es ja in dem Gameplay sehen. Aber das ist halt was, wo ich sage, die Karten an sich sind ein essentielles Medium, um die Leute bei Laune zu halten. Diese Playlists teilweise, du merkst es, keine Ahnung, es kommt eine Nuketown-Playlist oder Shipment-Playlist raus. Die Spielzahlen oder die Spielerzahlen, die Spielstundenzahlen, die gehen nach oben, die Leute spielen, es läuft, es läuft, es läuft. Sobald die irgendwas rausnehmen, was den Leuten Spaß macht, ja, da läuft es halt dann plötzlich nicht mehr. Und das ist halt was, wo ich persönlich mir einfach Gedanken mache, wo ich sage, hören die noch auf ihre Community oder hören sie nicht? Oh, ich habe sogar die MG... Wow, nice boy. Habe ich sogar geschafft. Aber ich glaube, das ist ein Gameplay, wo ich es nicht rausgehauen habe, das Ding, sondern einfach weitergespielt habe. Das ist halt auch was, keine Ahnung, Nukes in dem Spiel. Das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, es ist für mich nichts mehr Besonderes, so eine Nuke zu erreichen. 30 Kills. Das war früher, wenn du 25 Kills hier gemacht hast, bei MW2, da warst du der Boss, die Nuke rauszuhauen. Einfach mega, mega gut war das. Hier ist es irgendwie so, du schaffst deine Kills und denkst dir so, ja, okay, gut, nächste Runde weiß ich, dann kriege ich richtig aufs Fressbrett. Und man sieht ja auch, schaut euch mal die Gegnernamen an. Das sind jetzt keine, keine Ultra-Bobs. Also der Typ war jetzt schon ein bisschen ein Bob, glaube ich. Aber die haben jetzt keine kurzen, äh, keine, keine, keine Standard-Xbox-Namen, wo du sagst, die können nix, ne? Sondern die können schon was. Die wissen schon, was sie tun. Und das ist halt das, wo ich ganz ehrlich mir manchmal denke, ich habe auch kein Problem damit, gegen Leute zu spielen, die gut sind. Aber es muss doch nicht sein, dass fünf Leute gut sind. Es kann ja sein, dass zwei Leute gut sind im Team. Meistens ist es so, dass derjenige, der, sag ich mal, gut im Team ist, also in meinem Team, bin dann ich und der kompensiert das dann entsprechend. Ja, ist halt ein bisschen blöd. Aber gut, ist wie es ist. Ich bin, glaube ich, gerade zweimal von dem Gleichen getötet worden. Richtig nice. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ich muss halt sagen, ich persönlich weiß nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und hier, oh, schönes Ding. Ich persönlich weiß es nicht, was es für Möglichkeiten gibt, dass dieses Game überhaupt noch gerettet werden kann. Ich kann halt leider nicht sagen, wie die Zahlen aussehen. Das wäre, wäre was, das musste ich mir wirklich mal in Ruhe angucken, dass ich eine Analyse mache und mir mal wirklich die Zahlen von Call of Duty irgendwie anschauen. Vielleicht kriegt man da irgendwelche Spielerzahlen raus oder ähnliches. Und dass man mal über die letzten Jahre einfach so eine Analyse macht, wie das Ganze gelaufen ist. Vielleicht auch ein mega interessantes Video, wenn ihr Bock drauf habt. An der Stelle lasst gerne auch einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und für die Leute, die es bitte noch nicht gemacht haben, bitte abonniert doch den Kanal und macht die Glöcke an. Glöcke. Ihr versteht, was ich meine. Ja, keine Ahnung. Das ist für mich persönlich, ist es einfach mega wichtig, dass wir über solche Themen sprechen. Weil Call of Duty, das muss man auch an der Stelle einfach mal sagen, das ist der Bestandteil meines Kanals. Zu 99 Prozent. Wurde hier von einem Level 2 gekillt. Böse, böse. 90 Prozent meines Kanals bestand, muss man vielleicht so sagen, bestand aus Call of Duty. Wahrscheinlich, wenn man jetzt nochmal guckt, ist wahrscheinlich der größte Content Call of Duty. Ganz klar. Aber ich mache momentan sehr viele Technologie-Videos. Ich teste Dinge, weil das habe ich früher auch schon gemacht. Also ich habe früher mir auch viele Technik-Sachen gekauft. Ob es jetzt ein neues iPhone ist oder ob es eine neue Smart-Home-Geschichte ist oder einen neuen Stuhl oder lauter solche Sachen. Das hat mich schon immer interessiert. Alles rund um Technik, IT und solche Sachen fand ich immer cool. Programme, Videoschnitt, Marketing, alles so diese ganzen Richtungen finde ich mega cool. Deswegen mache ich momentan die Videos, weil es mir halt erstens Spaß macht und zweitens natürlich auch irgendwie der Erfolg ein bisschen mehr da ist. Weil bei Call of Duty sehe ich halt einfach, ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie dieses Video performt. Weil die anderen Videos, die performen manchmal ganz gut und die anderen Videos wiederum nicht so. Und bei Call of Duty merkst du einfach, da ist eine Stagnation da. Das über die letzten Jahre ist es einfach so, du kommst mit normalem Gameplay und normalen Content oder mit Hey Leute, hier ist euer Anders Hügel, ich zeige euch heute mal, welche Klasse ihr nehmen müsst. Das interessiert keinen. Weil das Problem ist, auf YouTube hast du nicht mehr so diese Kraft, sondern du müsstest jetzt TikTok-Videos machen, du müsstest Shorts machen, du müsstest täglich was hochladen. Und das ist halt einfach was für mich, der einfach ultra viel arbeitet normal, schier unmöglich. Da müsste ich mir, keine Ahnung, zu Call of Duty Release zwei Wochen freinehmen, müsste mich in irgendein Studio einsperren, sodass meine Familie nicht mehr da ist, weil die habe ich ja auch noch. Also ich habe ja meine zwei Kids und meine Frau, um die muss man sich ja auch kümmern. Es ist ja nicht so, dass die dann einfach weg sind. Da müsste ich mich zwei Wochen wegsperren, vorproduzieren ohne Ende. Und das Problem ist ja, dass Call of Duty, der Multiplayer, das ist ja auch noch so ein Thema, da liegt ja nicht mehr der Fokus drauf. Der liebe Call of Duty Multiplayer, das ist eigentlich das, was Call of Duty groß gemacht hat, der Multiplayer, der ist nicht mehr Number One Fokus. Denn man hat sich dazu entschieden, Richtung Battle Royale zu gehen, weil das ein Fortnite so zum Beispiel groß gemacht hat, wo Ozone 1 auch ein Mega Erfolg gewesen ist. Aber man sieht es halt leider, selbst mit den neuen Ozone 2, das ja draußen ist, der Erfolg ist nicht mehr so da. Und deswegen muss man an der Stelle einfach sagen, ja, liebe Freunde, wäre geil, wenn ihr euch einfach mal ein bisschen Gedanken macht. Also ich persönlich, wenn ich Call of Duty Producer wäre oder Marketing Manager oder sonst irgendwas, das ist einfach so eine Geschichte, wo ich sage, da würde ich mir doch ein bisschen Gedanken machen, ob ich da was bewegen kann. Aber ich glaube, die Historie beziehungsweise einfach die, naja, die Vorkenntnisse, die dort sind, die schauen einfach so aus, dass du als Community Manager oder Marketing Manager oder was auch immer, Product Manager von Activision, da, du gehst da zu deinem Vorgesetzten und sagst ihm, ey, die Leute sagen, es ist blöd, der sagt dir, ist mir egal. Die Leute kaufen im Shop irgendwelche lustigen Skins und solange das Geld in die Kasse spielt, ist das nächste Call of Duty für die nächsten x Jahre bezahlt und dann interessiert dir das einen feuchten Furz, ob die Hardcore-Gamer, im Endeffekt die Leute wie du und ich da draußen, ob die Spaß an dem Spiel haben, nö, du hast 70 Euro gezahlt und kaufst noch ein paar Skins, so what? Also das ist denen vollkommen Pups, egal was du da tust. Leute, ich glaube, das ist leider die Wahrheit. Schreibt mir wirklich gerne mal drunter, was ihr denkt, wie das weitergeht mit Call of Duty. Wird es eine dieser Serien sein, die irgendwann aussterben und irgendwann keiner mehr spielt? Anno dazu Medal of Honor oder sowas in der Art? Ja, ich bin mal sehr gespannt. Schreibt es mir gerne mal drunter. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschaußen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.